hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen part von final fantasy 10 im letzten part haben wir gegen sin gekämpft und sind über bord gegangen und nun sind wir hier unter wasser und müssen gegen ein quallending schon wieder kämpfen diese quallendinger lassen uns echt nicht in ruhe ich würde halt gerne mal wissen wie der boss heißt aber naja okay ich würde sagen wir machen wieder cheer up beziehungsweise eigentlich heißt es ja anfangen auf englisch hier ab und deswegen so wacker was ist eine sinn schuppe okay das hätte ich jetzt nicht gedacht dass sie da was für ein sinn ist bocken saugtatscher widerlich oder will ich kann man die kleinen dinger nicht angreifen deswegen tue ich mich mal wieder abschieren also mir macht das spiel momentan sehr viel spaß das ist schon der sechste part den ich aufnehmen heute und es macht mir unglaublich spaß auch wenn ich mich hier sehr viel konzentrieren muss ich frage mich ob linz etwas bringt ich bezweifle sehr weit passieren war ja auch immun beim hat es was gebracht aber ich glaube nicht dass er blind ist doch es ist heute dieses eventuell hat hier eine spezial angreifen ist es okay das ändert sich je nachdem naja okay ich würde aber sagen ich tue mich mal heilen wir haben ja genug potions und bevor mir hier die das löffel abgibt ich glaube dieses hat auch angeschlagen angefangen jetzt kommen wir jetzt kein fischer nein hat mich nicht an danke okay ich werde dieses aber noch mal eine portion verpassen weil ich doch ein bisschen angst zu ihm haben nicht dass er mir hier darum geht unser lieber kleiner titel ist so schraube aber er ist ja blind vielleicht trifft er ja nicht doch er trifft und gut dass ich mich geheilt habe ich kann durch mich wieder aufschieren damit unsere angriffe ein bisschen mehr schaden haben und mir ein ein bisschen mehr aushalten und wacke hat keine mp fällt mir gerade auf dementsprechend wird das ja nichts damit vielleicht heute ich den eine vielleicht nein kann ich eigentlich die chel doch ich kann die kleinen viecher auch angreifen das war vernichtend hat mich nicht an danke ich finde das widerlich so darf man den kleinen an die kleine halten nicht so viel aus aber ich greife jetzt den großen an will die das macht doch ein bisschen mehr schaden jetzt wo wir sind schon dritt hat mich nicht an wird das immer noch widerlich soll ich mich nicht hier mich noch mal ich glaube das habe ich mich fünfmal aufgeteert das heute reichen mein gegen kampf gegen sind habe ich mich unendlich aufgeteert aber das hört sich komisch an ich sage aufgeteert ich hätte vielleicht den kleinen angreifen sollen naja sonst macht sie wieder die schraube dieser trifft nicht jetzt dreht uns ein bisschen okay wacker ist ein bisschen angeschlagen ich werde mich trotzdem um den kümmern so mit wacker doch mit wacker greife ich den fisch an ui au ok und mit dieses greife ich noch mal dich an das scheint aber nicht gewesen nein mit dem saugtatsche heilt er sich das finde ich jetzt aber schlecht okay will ich das jetzt riskieren komme ich riskiert und das riskieren war gut ach du heilige okay ich hatte schon gedacht dass ich von sin gar nichts bekommen aber wir haben jetzt alle was ins gesicht geklatscht bekommen und wir können ja zero level verteilen ach du heilige wir haben elf krass feuriten halten acht wunders feuriten zwei ability dann haben wir noch nun bei eiser halten schloss mit einer muglepuppe und ein aqua schild ach du heilige com w also Was ist das? 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 Was ist das?